Hi Leute und willkommen am Tutorial und heute will ich euch mal eine Seite zeigen, wo ihr gucken könnt, ob euer PC ein Spiel aushalten kann. Viele fragen hier jetzt bei, ich nehme jetzt gutefragen.net, kann man PC das aushalten, dann geben die ganze Daten, nein, das braucht ihr nicht. Hier habe ich eine Seite, ihr müsst jetzt in Google can you run it eingeben und das erste klicken, System Requirements Lab, ich kenne jetzt nicht so gut englisch, aber egal, jetzt klicken wir drauf und jetzt ladet jetzt und sagen wir mal jetzt, wir können entweder hier oben unsere gewünschte Spielnamen eingeben oder hier in der Liste auswählen. So, sagen wir mal jetzt, ich will ähm, Counter-Strike ja, wenn es nicht da ist, dann gehen wir in die Liste und gucken wir, ob es überhaupt da ist. So, ne. Gibt es nicht in der Liste, dann können wir das nicht prüfen. ähm, dann nehm ich mal, ähm, Crysis 2 und, ich klipp mir jetzt auf can you run it. So. So, jetzt geht es, die ganzen Daten von dem Computer, was für eine Grafikkarte und so weiter, dein PC hat. ja. Ja, ihr seht, der sagt mir, ich kann Crysis 2 ähm, ich kenne Crysis 2 jetzt ähm, ähm, installieren und mit voller, mit voller Einstellung, mit hoher Einstellung Grafikkarte auch spielen. Und ja, so könnt ihr halt prüfen, ob euer PC das ausheilt oder nicht. Und, ähm, bis zum nächsten Tutorial oder Infovideo. Und tschüss. ich kenne Sieду. ie .